Jetzt sichert den Krant, meine Gladiatoren! Sichert den Krant! Genau deswegen sind wir hier! Ein Freudenfest! Der Gewalt! Komm jetzt! Der Gewalt! Nach der Eroberung der Küste Dovers ließ der siegreiche Kommodus die verräterische Festung unter seiner glühenden Macht erzittern. Na, warum funktioniert das nicht? Na egal, ich gehe mal weiter. Die Eroberung der Küste Dovers ließ, die Eroberung der Küste Dovers ließ. Ja, ja, ich muss da hinten hin und die Flamme entzünden, ich habe es verstanden. Daraufhin zog General Kommodus zum Waldversteck der britischen Verräter, um ganz allein den bösen König Oswald und seine wilde Tochter verfangen zu nehmen. Genau, der General war schon richtig. Ich bin schon wieder zu blöd. Ah, da hinten muss ich hin, ja genau. Man kann es doch immer nicht. Schießender Wahnsinn. Ja, der große General. Vollidiot. Spaß dir. Die niederprächtigen Briten finkten ihre stärksten Krieger. Sie dachten, sie könnten den unerschütterlichen Kommodus aufhalten. Mörderische, wilde Krieger von unerreichter Stärke. Mörderische, wilde Krieger von unerreichter Stärke. Oh, wie dumm. So war das gar nicht. Schlaf eigentlich. Mörderische, wilde Krieger. Gamod, das war einfach brillant, oder nicht? So brillant, dass er seinen Kopf wählt. 1000 Tienarien für denjenigen von euch, der ihn mir bringt. Die Belohnung wird nadie. Tut mir leid, es geht um 1000 Tienarien. Ich mach' jetzt kurz, Dammothest. Ha! Zieh' dich an, herrschüchtiger Dammothest! Die Hälfte haben des großen General Commodus nach ständig! Welch Irrsinn! Ich habe die Briten eigenhändig zerstört! Du willst dich trotz der ganzen Hilfe! Dann vergiss' dich, wer hier die Hauptrolle in der Haft! Hey! Nein, du musst dich trinken, die Achtung! Hey! Nun komm' schon, Dammothest! Wie soll's meine großen Errungenschafts-Nachraben? Wie kannst du noch ein Ansehen von meinen Anhängern schmälern? Ja! Verehrte Zuschauer! Der Schlussakt geht bevor! Commodus wird das Aqueduct zerstören! Was für ein Finale! Ja! Na, kick's um, bitte! Ähm! Jetzt! Wir haben das letzte Jahrzehnt! Wir zwang' ich jede Nation, die es wagte, sich gegen uns zu stellen! Ich bin der größte General, der je Rom und sein Volk führte! Heute! Hier, hattet ihr die Ehre, ja, die Ehre, Zeuge des Todes zu sein aller Gladiatoren, die sich mir entgegenstellten, die einst groß und gefürchteten Gladiatoren liegen nur tot. Wir brauchen vor euch, von mir erschlagen, eurem General, eurem Anführer, eurem Anführer. Aquilo, ich muss zugeben, ich bin wohl unruhig. Warum das, mein Kaiser? Dieser Damokos kämpft den ganzen Tag hier in Höhe und sieht nicht mal erschöpft aus. Fürchtet nicht um das Leben eines Sohnes. Ich fürchte nicht um das Leben dieses Versagers, sondern um ein Gold. Ich setzte ein Vermögen auf seinen Sieg. Ich werde die Quoten ausgleichen, euer Geld ist sicher. Oh. Und auch dieser Versager. Euer Erretter! Euer Dorf! Du sagst, du beschützt Rom. Wer beschützt dich? So, das ist wahrscheinlich der Endboss-Kampf. Scheiße, der ist schon ein Bedroh. Scheiße, die schreien umeinander, das ist sogar... Scheiße, die schreien umeinander. Was ist denn mit denen los? Was ist das für ein Viech? Komm, zeig was kannst. Was ist das für ein Viech? Naja, das ist mit denen aber nicht gerechnet, der Penner. Mach deinen letzten Atemzug! Du stinkender Dreckskerl! Sei verflucht! Jetzt bedrückt er auch noch. Nicht der Größte! Ruhe! Komm schon, Daroklis! Übe deine Vergeltung! Hier drüben! Ich bin Kommodus, du nahr! Nein! Ich bin Kommodus! Ich bin Kommodus! Für dich ist das Spektakel vorbei! Loll? Ist er es? Ich bin Kommodus! 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 Bis zum nächsten Mal. Und jetzt verreckt, komm jetzt verreckt. Na komm, ich hab das ja auch ablockt. Sürbe jetzt endlich, du Komodos-Penner.